Und zu unserem Bonjour-Gespräch begrüße ich Annette Meiritz vom Spiegel Online. Ja, guten Morgen. Bleiben wir kurz bei der Bremen-Wahl. Wie reagiert das politische Berlin auf diese traurig niedrige Wahlbeteiligung? Ja, an so einem Montag wie jetzt nach einer Landtagswahl beginnt natürlich hier das große Auswerten. Was ist gut gelaufen? Was ist schief gelaufen? Und so richtig Grund zum Feiern, Sie sagen, es hat hier keine Partei. Denn man muss sagen, dass in Bremen nicht mal jeder zweite Wahlberechtigte zur Wahl gegangen ist. Das heißt also, dass die Leute, wenn sie sich von Parteien abwenden, nicht mal mehr zur Konkurrenz gehen, also zu anderen Parteien, sondern dass sie lieber gleich ganz zu Hause bleiben. Das ist ein sehr, sehr beunruhigender Trend. Hier wurde ein neuer Negativrekord aufgestellt. Im Moment sieht man eher noch eine große Ratlosigkeit. Es wird nach solchen Wahlen immer gesagt, wir müssen was tun, wir müssen die Leute begeistern. Und es lag ja ohnehin an den Spitzenkandidaten vor Ort. Aber ob die alten Rezepte hier greifen, das halte ich doch für mehr als fragwürdig. Denn so eine richtige Antwort auf die Politikverdrossenheit haben weder die Parteien in den Ländern noch im Bund. Normalerweise interpretieren ja alle Parteien am Tag danach ihre Ergebnisse so, dass sie als Sieger dastehen. Wer schafft das denn Ihrer Meinung nach heute am überzeugendsten? Das ist schwierig, weil es natürlich nicht wirklich einen Sieger gibt. Jedenfalls nicht bei den großen Parteien. Bei den kleinen Parteien sieht das schon anders aus. Also diese niedrige Wahlbeteiligung führt natürlich auch dazu, dass kleinere Parteien eher den Einzug in Parlamente schaffen. Wir sahen das gestern Abend bei der FDP, die dort lange bedeutungslos war, also fast zwei Jahrzehnte lang und nun mit ihrer jungen Spitzenkandidatin Lenke Steiner den Einzug geschafft haben. Bundesweit feiert die FDP natürlich dieses Ergebnis, obwohl man natürlich nicht sicher sein kann, ob das auch den bundesweiten Trend umkehren kann für die Liberalen. Und wer es jedenfalls nicht schafft, ist die AfD, denn auch die hat in Bremen den Einzug in die Bürgerschaft geschafft. Aber anstatt zu feiern, zerfleischen die sich gerade lieber öffentlich selbst. Ja, was glauben Sie denn, wie sich diese Wahl auf den Richtungsstreit innerhalb der AfD auswirken wird? Das war gestern schon, muss man erstmal festhalten, eine ziemliche Überraschung. Also anstatt diesen Wahlabend erstmal sozusagen als Verankerung im Westen zu feiern, stellt sich der Bundessprecher der AfD, Konrad Adam, hin und verkündet, dass Parteichef Lucke eine neue Partei gründen wird. Damit hat er Lucke komplett unter Zugzwang gesetzt, der jetzt reagieren muss. Also fest steht, dass Lucke schon etwas plant und sich auch distanzieren will von der AfD, wie wir sie kennen. Ihn stört seit geraumer Zeit gewaltig der Rechtsdrall, sowohl in den Ländern als auch auf Bundesebene. Aber er wollte eigentlich im Hintergrund strategisch noch klüger planen. Diese Option ist ihm jetzt auf einen Schlag genommen worden. Wie dieser Machtkampf jetzt weitergeht, das weiß man im Moment noch nicht. Aber was sicher ist, ist, dass diese Partei diesen Machtkampf in aller Öffentlichkeit weiter zelebrieren wird. Die NSA-BND-Affäre, die war ja kein direktes Wahlkampfthema in Bremen, ist aber doch in aller Munde. Die Enthüllungen vom Wochenende, die zeigen, da kommt täglich mehr. Wo stehen wir denn jetzt genau? Und wie gefährlich ist diese Affäre für eine stabile Bundesregierung? Hier passiert gerade was sehr Spannendes. Denn man dachte eine lange Zeit, dass dieser ganze Komplex Geheimdienste, NSA, BND, dass der nur noch eine Minderheit von Leuten interessiert. Und meines Erachtens kippt hier gerade die Stimmung so ein bisschen, weil es gerade um grundsätzliche Werte geht. Also nicht nur so um technische Begriffe wie Selektoren und Geheimdienstüberwachung, sondern eben auch um Glaubwürdigkeit von der Bundesregierung. Also die Woche wird ohnehin spannend, weil Washington in dieser Woche entscheiden könnte, ob die Bundesregierung dem Parlament eine sehr detaillierte Liste mit US-Geheimdienstüberwachungszielen aushändigen darf. Wahrscheinlich wird Washington dazu Nein sagen und das bringt wiederum die Kanzlerin in ein Riesendilemma. Denn wenn sie entscheidet, diese Liste weiterhin nicht auszuhändigen, wird sie massiven Druck vom Koalitionspartner SPD bekommen. Entscheidet sie sich dafür, diese Liste zu übergeben, riskiert sie wiederum ein großes Zerwürfnis mit den USA. Also hier zeigt sich, dass das nicht nur innenpolitisch ein Riesenthema ist, sondern auch außenpolitisch. Aber nochmal zum innenpolitischen. Kanzlerin und Vizekanzler versuchen ja so oft wie möglich, Einigkeit zu demonstrieren. Aber der Vize ist eben auch immer öfter SPD-Chef, Wirtschaftsminister und allmählich auch Wahlkämpfer. Verändert sich da bereits was? Das ist ja fast schon erstaunlich, weil irgendwie zweieinhalb Jahre vor der nächsten Wahl wir jetzt schon eigentlich über den nächsten Wahlkampf sprechen. Aber genau das bringt dieses Thema gerade hervor. Die SPD ist ungewöhnlich, ich nenne es mal attackierfreudig. Was damit zusammenhängt, dass sie eben so eine Kernkompetenz von Merkel, die ja als sehr unangreifbar gilt und sehr beliebt in der Bevölkerung, nämlich die Glaubwürdigkeit durch diese Affäre angreifen kann. Und diese Gelegenheit nutzt sie gerade. Und genau das führt dazu, dass die Attacken innerhalb der Großen Koalition immer weiter zunehmen. Also meines Erachtens hat diese ganze Geheimdienst-Affäre durchaus das Zeug dazu, noch länger eine Belastungsprobe für die Große Koalition zu werden. Annett Meiritz, vielen Dank nach Berlin. Danke auch.